Magie zu Ehren Ich bin bereit für den vierten der Kreise. Du hast die ersten drei Kreise durchschritten. Nun ist es an der Zeit, dass du die Geheimnisse der Magie kennenlernst. Die Magie der Runen ruht in ihrem Stein. Es sind magische Steine, gewonnen aus magischem Erz. Das gleiche Erz, das hier abgebaut wird. Dieses Erz wird in den Tempeln mit den Formeln der Magie versehen. Dort werden die Runen zu den Instrumenten unserer Macht geformt. Mit allen Runen, die du nun beherrschen kannst, steht dir das gesammelte Wissen der Tempel des Reiches zur Verfügung. Erkenne die Magie. Dann wirst du das Geheimnis von Macht erkennen. Ja, wir kennen die Macht des Schwertes. Magie brauchen wir nur gelegentlich. Aber unsere Klinge haben wir im Dauereinsatz. Jetzt müssen wir zu Wolf. Und schauen, ob jetzt endlich unsere Mindcrawler Rüstung fertig ist. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke. Du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Handelst du noch mit was anderem? So, was hat er denn noch? Jetzt oder A? Ich halte mich da lieber raus. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ich halte mich da lieber raus. Gequatscht wird viel. Gut, ähm, bucht brauchen wir nicht. Gequatscht wird viel. Pfeile können wir auf jeden Fall brauchen. Dann nehmen wir einfach mal ein paar Miet. Ich halte mich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ja gut. Ich halte mich da nicht. Ich halte mich da nicht. Ich halte mich da nicht. Ich halte mich damit nicht zu tun, dass wir abwarten. Ich halte mich damit nicht zu tun, dass wir abwarten. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Und sonst hat er auch nichts mehr. Dann nehmen wir nur Erz. Tja, das dauert jetzt wieder Zeit. Aber es halte ja nichts. Wir haben ja genug Zeit. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Immer wieder dieselbe Leier. Nicht besonders schlau. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So, das reicht eigentlich. Jetzt haben wir eh genug. Das geht uns eh nicht so schnell aus. So, jetzt wollen wir mal unsere Rüstung anlegen. Aber behalt's für dich. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern würde. Aha. Schaut doch nicht aus. So, und jetzt werden wir mal zu Urschak gehen. Ulu Mulu, das ist also eine Waffe. Okay, dann wissen wir das auch. Ich habe gemeint, das ist irgendein Amulett, was wir tragen. Was ist los? Nix. Der Bau ist ungfün. Der Kampf ist entschieden. Trümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ich wusste nicht. Wir haben damals mehr ausgehalten. So. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen die Bauern aufgemischt. So, jetzt aber zurück zu unserer Mission. Wir möchten zu Urschak. Verlass dich auf jemals, wenn du bist verlassen. Oder haben wir noch was anderes vor? Weg in den Schläfertempel. Da gehen wir jetzt auch hin. Und zwar nehmen wir da die kleine abgezogen. Durch den Tümpel, nachdem wir die Blutfliege abschossen haben. Da gehen wir da, weil wir die Blutfliege abschossen haben. Tja, jetzt haben wir schon eine gute Stärke beieinander. Wo wir schon alles mögliche niederbügeln können. So, wo geht's denn Izzy? So, ist das zu hoch? So, der Herr, hat denn irgendwas? Ach, Scorpio, was macht denn der da raus? Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Aha, das klingt doch gut. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit Darenbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Ombrust, Omunik. Zeig mir deine Ware. Musik Dämonenklinge, Zweihandwaffe. Brauchen wir nicht. Einhandwaffe, Berserkerschwert. Das klingt doch vielversprechend. So, Gantisten. Oder seltene Rüstung brauchen wir auch nicht mehr. Passt. Mittlerweile können wir uns das alles leisten, damit wir mal ein bisschen Verlust haben. So, das wäre unser neues Schwert. Noch mal ein Verblümter. Dann wandern wir mal um. Zu Urschak. So, wo war denn der Heimer? Da haben wir etwas. Da haben wir noch mehr etwas. Was kämpft wir? Die schauen schon?